Leute, so, ich wollte euch kurz mal was zeigen und zwar geht es hier um die Stempelkarte, diese Achievements, die unten aufploppen, wie man da im Moment im Shop ist ein Item, wo man das, eins davon bekommt. Das Emote für 200 kann man sich im Shop kaufen, das ist Ruf zur Schlacht, macht man Dr. Doom damit aus, macht man das, kommt das, Doom tut, was Doom gefällt, Dr. Doom, das Emote, Ruf zur Schlacht eingesetzt. Ist gerade, ja ich meine 200 ist schon okay, aber falls einem das noch so ein bisschen fehlt und man will nicht aufwendigen Dinger machen, kann man sich das aneignen.